Was ist Resilienz? Resilienz steht ja für einen erweiterten Begriff von Robustheit, also eine Produktion, die einerseits in der Lage ist, sich sehr schnell anzupassen auf neue Anforderungen, andererseits aber auch auf Störungen reagieren kann. Und GAIA-X durch die Modularität der Software, durch den Datenraum, die überall verfügbaren Daten aus Produktionsmaschinen, erlaubt es halt, dass wenn ich einen Ausfall in der Produktion an einer Maschine habe, sehr schnell eine andere Maschine in die Produktionsreihenfolge zu bringen. Das heißt, auch die Produktionsreihenfolge zu ändern. Ein Bauteil macht Probleme, fällt raus, klassisch steht eine Produktionslinie in der Zeit. Und mit sehr flexibler Software ist es einfach möglich, Reihenfolgen zu tauschen, Maschinen zu wechseln, Produkte vorzuziehen und das auf einer sehr abstrakten Ebene. Und natürlich ist das Ganze ein langfristiges Thema. Wir können also jetzt nicht erwarten, dass wir das Ganze in ganz kurzer Zeit verfügbar haben. Aber in der Forschung müssen wir diesen Weg zeigen. Und deswegen haben wir auch unseren neuen Demonstrator gebaut, mit dem wir ganz konkret dieses Einfügen von neuen Produktionsmodulen, das Austauschen von Produktionsmodulen, die flexible Produktion zeigen können. Jetzt auch ein paar Minuten. Oder wir können also ein paar Minuten wiederholfen, auf der Frage des Entfernen von Produktionsmodulen, hier in der Richtung, Untertitelung des ZDF, 2020